Herzlich Willkommen bei deinem persönlichen Lernvideo der WAF. Heute zum Thema die Abmahnung. Ich darf mich ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Arne Schrein, Rechtsanwalt aus München und Referent der WAF. Ja, was möchte ich dir zeigen rund um das Thema Abmahnung? Folgende Punkte. Einmal Sinn und Zweck der Abmahnung. Die Voraussetzung natürlich einer wirksamen Abmahnung. Manchmal sind Abmahnungen auch entbehrlich. Und vor allem, was sind die Rechtsfolgen einer wirksamen wie einer fehlerhaften Abmahnung? Und natürlich ganz zum Schluss die Reaktionsmöglichkeiten des Arbeitnehmers und natürlich auch von dir als Betriebsrat bei Abmahnung des Arbeitgebers.